Und damit, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Alex Let's Plays, wo wir gerade mit Duras unterwegs sind zu seinem Lager und er da hinten noch rein wollte, weil er glaubt, dass wir dort noch was looten können und ja, wir sagen mal, gehen wir durch die Ruin. Gehen wir durch die Ruin? Die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Ähm... Puh. Ähm... Nehmen wir ihn mit oder nehmen wir ihn nicht mit? Ich meine, es wäre jetzt einfach sinnvoll, um den Loot zu haben und er hilft mir, um einem Equipment zu kommen. Komm, wir gehen zusammen mit ihm da hin. Einfach, weil es ist das beste Angebot, was wir haben können, erstmal Equipment zu kriegen, während mir jemand hilft. Wir gehen durch die Ruin. Hm. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Ja. Los geht's! Jeder Schlag führt eine Komboleiste auf. Sobald du genug Kombo energierst, kannst du die speziellen Tacke mit Q ausführen. Ja, dann... Okay. Ich hatte jetzt eher unten auf immer E gedrückt, statt Q. Aber gut. Also los. Ja, entschuldige mal deine Nuggets. Ich laufe dir doch schon nach. Ihr wisst ja, dass ich das Kämpfen noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, aber... Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt sage, dass es vielleicht sinnvoll ist, mit ihm zusammen hier hin zu gehen. Um... Äh... Ein bisschen... ...eignet sich hervorragend für einen Treffpunkt. Das konnte ich aus der Luft von der Begleiter aus schon erkennen. Uh, uh. Die Gesundheit ist gesunken. Hilfst du mir mal, oder ist das nicht so dein Ding? Also los. Irgendwie hat er keinen Bock, mir zu helfen. Kannst weitergehen. Was? Warum? Warum hilft der mir nicht? Oh man. Junge, 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 Junge. Ei, ei, ei. Geh... Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Also muss ich jetzt warten, dass er angreift. Los geht's! Und nicht ich greife einfach an. Damit das hier besser klappt. Aber ganz ehrlich, dass er mich da verrecken lässt an dieser Ratte da hinten, das ist ja unglaublich. Einfach nur unglaublich. Ja, wie sieht's aus? Greifst du an? Jetzt. Danke dafür. So. Los geht's! Ich sehe leider nicht, was abgeht, aber ich greife einfach mal mit an. Und jetzt noch da drauf. Uiuiui. So, wartest du kurz? Macht er. So, jetzt kann ich hier kurz looten. Ich meine, macht ja keinen Sinn, hier reinzugehen und dann keinen Loot mitzunehmen. So, der hatte noch was dabei. Waffe eines Klerikers 155. Okay. Habe ich jetzt hier gerade noch eine bessere Nahkampfwaffe gefunden? Äh, ja. Habe ich. Anlegen. Da hin. Zack. Wunderschön. So, ist hier noch mehr Loot? Licht. Freundlichsten Dank. Schlafen will ich nicht. Hier ist noch ein Rucksack. Erstmal alles mitnehmen. Wir gucken uns gleich den Loot an, sobald ich nicht mehr mit ihm zusammen bin. Momentan ist er, ist es mir erstmal nicht so wichtig. Ich wollte mich so genau null schlafen legen. Nicht so wichtig, was ich jetzt alles finde. Ähm, mir ist eher wichtig, dass ich erstmal alles mitnehme, was wir denn auch clearn. So, äh, hallo? Looten? Alles? Danke. So, das noch. Und sonst ist hier erstmal nichts weiter. Also, los. Missionsbericht. Noch mehr Loot sehe ich hier erstmal nicht. Kann's weiter gehen? Ja, dass du immer so trängeln musst. Alles klar. Ähm... Habt ihr öfter Kleriker in Edan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten, scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Sehr viel weiß ich darüber allerdings nicht. Alles klar. Gut, Richtung Goliath gehen wir noch nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal an, dass wir hier den ganzen Loot mitnehmen. Was ist das? Leertaste Klettern. Ich kann es nicht benutzen. Was ich hier jetzt so finde. Äh... Ich meine, deswegen sind wir hierher gekommen. Deswegen macht es ja auch nur Sinn. Und ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert. Obwohl, eigentlich ist es mir scheißegal, wie lange ich hier brauche. Er wartet ja eh jetzt. Geldbündel. Hier ist sonst nichts weiter. Was haben wir hier? Waffe eines... ...Klerikers. Drei von... ...fünf. Da noch eine Anleitung. Okay, wir finden sehr viele Sachen, wo ich noch genau überhaupt nicht weiß, ob die wichtig und wertvoll sind. Meine erste Vermutung wäre aber, wir sollen zumindest diese Waffen eines Klerikers vollständig auffüllen. Wenn der mir schon links immer was hochcountet, habe ich das zuwillig im Questlock? Nein. 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 Habe ich nicht. Gut. Dann egal. Oh, das ist noch ein Kleriker. Hier von fünf. Oh, schick. Eine richtige Waffe. Ähm, jetzt ist die Frage, wo bin ich hier kartentechnisch? Macht es Sinn, diese Ecke hier noch zu erkunden? Oder nicht? Ich will halt jetzt auch nicht zu weit von hier wegrennen. So, ich habe keine Ahnung, ob ich den da schaffe. Wir probieren den jetzt mal alleine. So, könntest du irgendwann wieder angreifen? Jetzt. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe es verstanden. So, und jetzt wird es sich lohnen, keinen Heiltrank zu nehmen, sondern etwas zu essen. Böp, 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 ist das hier? Nein, das war nicht das Essen. Das war Heilung. Das war Essen. Hier zum Beispiel nehmen wir, äh, böp, die Wasserflasche mal. Jetzt sehe ich nur, dass die HP sich da oben langsam reggen. Ich sehe aber nicht, erstens nicht, wie viel HP ich habe. Und zweitens, wie viel ich brauche. Sehe ich das irgendwo? Also, ich suche gerade sowas wie einen Charakterstatus, der mir anzeigt, ey, so viel HP hast du. Und ey, so viel willst du reggen, aber ich sehe es nirgends. Sehe ich nicht. Ich habe noch das hier, wo ich noch nicht weiß, was das ist. Wir haben noch das hier, glaube ich, wo ich noch was verteilen kann. Ich bin hier überall noch so, ja, wir haben zwar das erste Level-Up gemacht, aber benutzt haben wir es nicht. Fehlendes Talent, Geschicklichkeit, ah ja. Äh, ich stelle es hier dar, 55, äh, 50 Geschicklichkeit, 35 Stärke, okay. Gut, ich skille jetzt erst mal 1 auf Stärke. Ach, ich kann. 1 auf Stärke, alles klar. Ich kann. Wesentlich mehr skillen. Oh, ja, 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 okay, dann skille ich mal doch noch nichts, weil ich noch nicht weiß, wo ich waffentechnisch hingehe. Da es vielleicht sinnvoller ist, dort dann lieber besser zu skillen. Gut, 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 gut. Erst mal zurück. Ich bin tatsächlich, wie ihr merkt, mit dem Charakter noch nicht ansatzweise so weit, dass ich checke, wo ich sage, das ist es. Da geht die Reise hin. So, komme ich hier hoch? Komme ich. Dann gehen wir doch mal hier hoch gucken. Ob ich hier wieder runter komme ohne Schaden? Ei, 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 ei. Äh, da hoch. Wunderschön. So, von dort bin ich gekommen? Richtig? Nee. Doch. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Doch. Von, von dorthin bin ich gekommen. Da unten sind wir rein. Okay, gut. So, was ist hier? Mache Licht. Danke. Da ist noch ein Spind. Ein guter Becher, wunderschön. So, das Alex interessiert mich noch. Die Zigaretten. Da liegt nix. Liegt hier noch was? Hm. Verschlossen eins von zwei Truhe. Kann ich das schon mal skillen? Na, das wäre natürlich schon mal so die ersten sinnvollsten Sachen. Klösser knacken hier. Dafür bräuchte ich Geschicklichkeit und Intelligenz. Okay, wir versuchen jetzt mal zu skillen, dass ich das Schloss aufkriegen kann. Einfach, um mal etwas zu skillen und zu gucken, wie es funktioniert. Äh, speichern. Da. Äh, vor Skill. Und ich meine, ein Skillpunkt zum Kisten öffnen ist jetzt nichts. Rausgeschmissener Skill, meiner Meinung nach. War es noch nie und wird es, glaube ich, auch nicht werden. So. Also, für den Skillpunkt Schlösser knacken benötige ich 15 Geschicklichkeit und 15 Intelligenz. 15 Geschicklichkeit und 15 Intelligenz. Übernehmen. Und jetzt kann ich hier das lernen. Bräuchte dafür aber noch irgendetwas. Anscheinend kann ich das nicht einfach so anklicken. Hm? Ich muss auch noch jemanden haben, der mir das beibringen kann, oder was? Ja, sieht so aus. Obwohl hier da steht, Steigerung des Elexit habe ich. Die Lernpunkte habe ich. Handwerkslehrer. Ja, okay. Gut, dann laden wir noch neu. Das macht dann keinen Sinn, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich das jetzt doch brauche. Tut mir leid, aber das sehe ich jetzt nicht sinnvoll an, da jetzt die Skillpunkte reinzudrücken und niemanden zu haben, der es mir beibringen kann. So, hier ist nichts weiter. Da erkennt man aber, dass es da noch hoch geht. Da komme ich aber nicht hin, oder? Okay, es wäre noch die spannende Frage, ob ich da irgendwie hinkomme. Äh, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte noch hier oben gespeichert. Gut, dann... Probier ich mal hier wieder runter zu kommen. Noch Möglichkeit, ohne zu sterben. Ja, das geht. Gut, das wäre auch... ein wenig traurig gewesen. Wenn es nicht gegangen wäre. Was macht das Spiel hier? Das war steuerungstechnisch genau überhaupt nicht das, was ich wollte. Ah! Oh! Neuladen. Warum bin ich denn nicht früher auf die Idee gekommen? Zack, und ich bin hier. Hallo! Oh, da hätte ich... Also dass ich das schon wieder vergessen habe, ist ja schon fast bitter. So, einmal alles looten. Das heißt, ich kann ja auch aus jeder Höhe runterfallen, indem ich einfach kurz vor dem Boden dann mein Jetpack benutze. Naja, egal, ich hab's rausgefunden. Äh, ich bin selbstständig auf diese Idee wiedergekommen. Das ist das, was ich sagen wollte. So, mehr ist hier nicht. Das hier ist ne Leiter. Mir fehlt immer noch ein Kleriker. Just saying. Die ich noch nicht entdeckt hab. Gut, einen schnellen Weg nach unten gibt's nicht. Wir müssen langsam klettern, aber egal. Blieben wir hier noch um das Gebäude großteils. Jetzt würde ich vorschlagen. Also, ich meine, wir waren ja, wenn ich das richtig... Da ist noch ein Heiltrank. Verstanden hab, bin ich mit ihm hier reingegangen. Jetzt wäre jetzt nur die Frage, hab ich hier drinnen etwas übersehen oder nicht? Ähm, wenn nein, dann gehen wir hier gleich entsprechend raus. Sieht nicht so aus. Gut. Also nochmal ganz wichtig, ich erkunde jetzt nicht hier alles, so was wie da hinten. Ich glaub eh nicht, dass wir den schaffen. Ich möchte jetzt hier nur so grob um das Gelände außenrum erkunden. So müssen wir kurz warten, dass wir HP haben. Äh, Angriffsdingens. Deine Gesundheit ist niedrig, ja. Jetzt. Sehr schön. So. Den looten und einmal essen. Boop, 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 boop. Wo war Essen da? Zack, zack, zack. War das zu viel? Okay. HP-Recken mit mehrfachen Sachen essen benötigt seine Zeit, wie ihr oben links an dem HP-Balken seht. Alles klar. War mir nicht sofort klar, aber jetzt weiß ich's und Mann, Mann, Mann. Und das Spiel hat auch sofort gesagt, dass ich mich nicht so weit von Durant entfernen soll. Also wir haben anscheinend schon so die Grenze hier gerade gehabt, wo das Spiel sagt, okay, so weit kann man noch gehen. Ab jetzt ist dumm. Wie wir auch in diesem Fall sofort gemerkt hatten. mir fehlt der letzte Kleriker. Ja, so. Oh, so. Er hat unnötig viel HP gekostet. Ähm. Aber ich bin auch noch nicht so weit, dass ich richtig eine gute Idee habe. Muss noch gebraten werden. Wie ich am besten fighte momentan. Von daher ist das auch okay, dass es jetzt aktuell noch ein bisschen Erfahrung kostet. Hinsichtlich HP. Ähm. Und ja. So, wir gehen erstmal in die nächste Folge, denn dann erkunde ich hier weiter das Gelände und suche nach Möglichkeit den letzten Kleriker. In der Hoffnung, dass ich ihn noch finde. Äh. Und ja. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Lass noch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage immer zum Schluss Tschö.